Wir sind hier unter einer würdigen Geräuschkulisse, Museum Ampach. Die Eröffnung ist über die Bühne gegangen und als Abschluss haben wir hier ja die Träume von dieser Veranstaltung, die viele Leute gesammelt haben. Du bist derjenige, der sich hier jetzt für immer und ewig eindost, bist du vielleicht in Erfüllung gehen, ganz von allein. Bin ich die richtige Ansprechperson für Konservieren und Bewahren? Es ehrt mich sehr, dass ich diese Traumdose, da muss ich jetzt irgendwo drehen wahrscheinlich. Ja, 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 wir machen es am besten gemeinsam, weil es ist ein hochkomplexer Apparat. Ja, multiperspektivische gemeinsame Bewahren und Eindosen ist sicher, das ist das aktuellere Museum nicht, dass einer spricht und alle glauben, das ist das Wissen und die Wahrheit, sondern dass eben dieses Bewahren vom Publikum aufkommt. Die Dose Nummer 3. Die Dose ist die Träume der ersten Besucher des Museum Ampach. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. ��